Leon Roth, Leon Roth, Leon Roth! Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leon Roth. Die meisten Golfer trainieren viel zu selten ihr Putten, wobei etwa 40% ihrer Schläge auf dem Platz mit dem Putter gespielt werden. Um Ihnen das Training auf dem Putt in Grün interessanter zu gestalten, bauen Sie folgende Übungen in der Puttraining ein. Platzieren Sie sechs Tees im Abstand von einem halben Meter, einem Meter, anderthalb Meter, zwei Meter, zweieinhalb Meter und drei Meter entfernt vom Loch. Starten Sie mit dem halben Meter Putt. Wird er gelocht, gehen Sie zu dem 1 Meter Putt. Wenn dieser beim ersten Versuch wieder gelocht wird, gehen Sie weiter auf anderthalb Meter. Nach jedem vorbeigeschobenen Putt starten Sie wieder beim ersten Tee. Damit erhöhen Sie den Druck und simulieren somit eine Spielsituation auf dem Platz. Ziel dieser Übung ist es, alle sechs Putts in Folge zu lochen. Variieren Sie diese Übung mit verschiedenen Ondulierungen. Bergauf, Bergab, Links-Rechts oder Rechts-Links-Breaks. Seien Sie immer aufmerksam und konzentriert. Gerade bei kurzen Putts. Und verabschieden Sie sich von Ihren Dreipats. trusting Arbeit im AntQueen. Hören Sie uns zu, erst mal Nink-Rechts wird gesünder.